Chloe ist so verdammt schmerzlos. Wo kommt das von? Hier, Schützer hier, irgendwas auch immer, ist weg. Da muss man Mut haben und es geht um Wade. Ja. Denn schon, denn schon. Oh, ja, Maximus rules. Gott, das ist way too Blair Witch. Ich habe Goosebombs all over. Komm schon, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Geeze, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and Family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescott spring bombshelter boomed to town. Nice scrapbook. You search for more clothes and I'll scope out the area. Alter, ich habe gerade so... Ey, diese Musik und gerade diese Stimmung, ey, das ist so bedrückend, ey. Das ist so... Das ist total furchtbar. Das ist durch die Musik und auch... Oh, das ist... Ich habe so ein Gefühl, wie wir was ganz, ganz Schreckliches finden. Es ist einfach... Luke, guck mal, da ist doch eine Luke. Luke. Doch. Naja. Ey, ich wette, irgendwo geht es hier so ein... Geht hier irgendwas runter. Ist hier irgendwie so ein... Ich weiß nicht, so eine Bunkeranlage oder sowas. Der Schrank hat irgendwas im Bunker. Oder ist der Dark Room? Die Episode heißt, der Dark Room, also... Guck mal, das ist doch irgendwie... Tatsache. Okay, da nicht. Ich wette, hier wird es sein... Haken. Ich habe sie in einem Freitag, der 13. Film gesehen. Hoffen wir nur, dass es nicht so endet. Der Killer kommt gleich hier um die Ecke. Durch die Tür rein, bradelt und tödelt Chloe normal. Ey, Chloe ist jetzt eigentlich schon viermal fast gestorben, wenn du überlegst. Erstmal auf der Toilette. Zweite Mal, als sie sich selbst erschossen hatte. Dritte Mal. Ja, beim Zug. Also viermal schon. Und beim vierten Mal halt in der anderen Realität. Also, das Schicksal möchte sie tot sehen. Aber ich nicht. Ich möchte Chloe, dass Chloe lebt. Yes. Hier muss es doch sowas geben, wie so eine Falltür. Das ist doch so das... Oder was? Hm. Rostigerknopf. Ich habe das seltsame Gefühl, dass wir hier irgendwas noch machen müssen. Weil irgendwie... Hier ist die Säleanlage. Aber ich weiß noch nicht... Noch nicht wo. Spuren. Kiste. Martin Lewis. Aha. Sehr geehrter Mr. Läumt. Ich schreibe ihn auf... Wer schreibt das? Ich schreibe ihn im Hinblick auf uns ihre ausstehenden Schulden, die sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescotts mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir fassen ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unseren Familiennamen der Einschreibung ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juni im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir ihnen das Leben zur Hölle machen. Na dunkel. Die Prescotts. Diese gesamten Prescotts sind einfach so widerliche. Da. 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 Ich hab's krass gesehen. Ich hab ja mal wieder meinen Blick, ey. Ich bin so... Warte mal. Kiste. Tractor. Fotos. Na früher, das hatten ja fast alle bekannten Leute, hatten das Truhe. Jep. Auf jeden Fall. Ich. Na? Jackpot. 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 Ich. Es ist... ein unterirdischer Bunker. Es ist ein fucking unterirdischer Bunker. Und das ist der Dark Room. Weil... Es ist so... Ah. Das ist ein guter Tag. Eier, Speck, Zucker, Kaffee, Kokain, Tabak, Milch. Schön. Aber... Das kriegst du ja niemals auf. Nein, Supermax. Du kannst das nicht mit deinen Händen öffnen. Das heißt... Okay, Chloe. Ich habe einen bestimmten Hatch gefunden, aber es ist locket. Ich habe das. Ich hoffe. Let me know, du brauchst dir keine Hilfe. Noch ein... Ich bin schon dabei. Wir müssen hier hochkommen irgendwo. Wir müssen doch hier... Plattform. Klettern? Das wird schief gehen. Ach, ich liebe die... Die Gespräche zwischen den beiden. Hi, Chloe. Wie sie da guckt. So ganz... So ganz... Was hat die da vor? Warte. Bevor ich irgendwas vorhabe... Ich gucke gerade nochmal. Ich zieh. Oh. Ich glaube... Und wir klettern. Alter Modo. Und wir klettern. Hier muss noch ein anderes Foto sein, weil das ist einfach... Hier sind wir so... In so einer alten Scheune. Ich erwarte hier irgendwas. Was? Oh mein Gott. Wie süß ist das denn? Keine Angst. Aber ich liebe Eulen und deshalb... Oh mein Gott, ist das gut. Ich finde Eulen zu toll, ohne was. Jetzt ist sie wach. Guten Abend, Dr. Who. Sorry. Beide auf da, Max. Ja. Aber... Wie gesagt, Eulen sehen immer... Irgendwie immer so cool aus, wie ich nicht. Die haben sowas für... Uh. Eulen. Weißt du? Genau wie Raben oder Katzen. Genau. Hier, wir haben... Ey, noch zwei Fotos. Dann ist das Ding erledigt. Ich... Ja. Was sollen wir denn machen jetzt? Ich habe jetzt so... Hier, denke ich, alle Fotos. Und ich sage mal... Nein. Ähm... Etwas schwerem. Hallo, Chloe. Du... Ja, dann... Komm mal hier hoch und dann helfen wir. So. Etwas schwerem. Ah. Danke sehr für deine... Could we chase you through that? Ja. Oh. Aha. So. That didn't work at all. Ähm. Doch, doch. Sure. Tell me if you need any help. Ähm. Ich würde sagen... Und sie sofort wieder dabei rum zu wühlen. Das haben sie ja schön geschnitten. Ne, aber... Okay. Ich verstehe. Oh, okay. Ist ja schön, ne? Äh... Hi, Chloe. Neuer Versuch. Ja, was müssen wir denn jetzt machen? Oh, knappzahme. Damn. Those pliers are fossilized. I need something strong to smash this padlock. Nein. Oder doch? Ich weiß noch nicht. Muss ich das verlassen? Kann ich doch bestimmt nicht, oder? Doch. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwas hier... Irgendwas schweres... Ich bin gleich wieder da. Hier, komm. Hier, Heihaufen. Jetzt brauchen wir irgendwas hier. Ein Auto. Ähm. Ah. Spuren. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, aber ich... Ich weiß nicht. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen jetzt irgendwie... Ja, da müssen wir bestimmt nicht hin. Mein Horizont ist wieder großartig. So, wir gucken mal hier. Ich brauche mal schweres. Ja, wir brauchen nicht Dinge da. Aber wir brauchen nur ein Seil. Na, vielleicht ist doch alles Quatsch, das ich gerade machen will. Wir müssen gar nicht raus, aber... Wir können es. Also muss das so etwas heißen. Wenn irgendwas kann im Spiel, was komisch erscheint, dann muss es einen Grund dafür geben. Einen logischen Grund. Aber wie gesagt, Chloe steht auch wieder da. Ich bin immer bereit, meine Liebe... Warum kann man die Kneipe sagen? Es ist immer so, wißt du? Man kann es anfassen und dann ist alles Blödsinn. Chloe. Ein treuer Handlanger. Eine treue Handlangerin. Ich habe keine Ahnung. Jojo. Das hat ja nicht gerade funktioniert. Das heißt... Das heißt... So. Dann gehen wir doch mal da hoch. Sie hat gesagt, es wäre doof nochmal. Das heißt, wir müssen das nochmal machen. Ich bin... Ich habe gesagt, ich habe das Spiel als Let's Play gesehen, aber gespielt noch nie selber. Also ein bisschen failen kann man ja wohl, ne? Und da steht er schon. Und das Heil hängen wir diesmal ran. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und ich würde sagen... In Deckung. Jetzt aber. Come on. Oh, yes. Pricefield strikes again, wenn ich bitten dürfte. Wieso wirst du so wissen? Wieso Batman kommt so runter? Tja. Wieso? Ich habe Angst. Aber wir müssen es tun. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das ist schwer. Was ist das? Jackpot? Alter, geht da nicht einfach so runter. Das ist ein Bunker, Alter. Das ist so wie so der... Wie so ein Bunker für... Ich hab keine Ahnung. Echt, das ist wie so für Atomen, Katastrophen oder sowas. Also, ich brauche einen Code. Quatsch. Tagebuch, bla bla bla. Oh Gott. Hier muss auch was kommen. Come on. Nein. Ickett. Bla bla bla. Hier können wir alles nochmal durchlesen. Das ist ja schön, ne? Hier muss doch irgendwie ein Dings dastehen bei denen. Oh Gott. Ja, toll. Ähm. Woher soll ich denn jetzt... Ich muss nochmal rumgucken. Irgendwo muss ja ein Code sein jetzt. Ich hab mir jetzt nichts gemerkt von dem Dings da. Das hätte man ja toll. Vielleicht kann man einfach oben probieren. Aber was soll hier sein, ne? Vorhängeschloss. Ich wünsche, Warren hätte diesen Physikstrick gesehen. Ähm. Warte mal. Ist da was? Da muss doch irgendwas sein jetzt. Selbst Harry Aaron Prescott war in den Selfies. Das ist natürlich... Es muss doch irgendwie dann was geben. Eine Nummer oder sowas. Kann ja alles angucken, aber... Es gibt keine Ahnung, dass dieses russische Button diese Röpfe oder Pulleys aktiviert wird. Yes. Ach, weißt du was? Ich hab keinen Bock jetzt hier. Ich... Ich probier jetzt einfach rum. Da gibt's ja bestimmt nur einen Code. 520. Ich hab keine Ahnung. 522. So. Warte mal. Ja, toll. Machen wir einfach mal drei... Ups. Bad Code. Oh, no. I didn't work. Oh, Pink. Pink. Okay. So, it's locked. Pink. First a padlocked, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. Ja, aber was ist denn der... Woher soll ich denn das jetzt wissen? Ich hab mir eine stille merkt. Oh. Ähm. Bitte was? Oh. Dann könnte es... Tatsächlich... 5... Ja, ich glaube... 524. Ja, warte. Ich komm gleich da. 425. Ups. Bad Code. 2... 5... 4. Wrong Code. Oh, einige Nummern sind verletzt, also... Ich muss nur Glück haben. Ja, ich hab's gerade ja... Also... 2... 4... 5. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Oh, nein. Das funktioniert nicht. 5... 4... 2... Yes, Alter! Ich dachte, das hat nur in den Filmen funktioniert. Ich auch, ich auch. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich will es nicht wissen. Ich muss da kommen. Öffne Sesame. Oh, Gott. Chloe, du bist da einfach rein. Er müsste des Wahnsinns. Ganz ehrlich. Ich will es nicht wissen, aber... Verdammt ist das. Ey, jetzt geht's ja los. Und wir haben's geschafft. Oh, Gott. Ich hab's gerade gesehen, ey. Das ist... Folterkeller oder irgendwie sowas. Ich hab gerade nur so ein Foto gesehen von einer Frau gefesselt. Ich glaube, meine Befürstungen, was... ...Rachel and Marco angeht, werden sich bewahrheiten. Alles ist schrecklich. Alles ist schrecklich. Alles ist schrecklich. Nichts über Rachel hier. Ich habe eine Foto gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020